Willkommen bei Amway. Das Ziel von Amway ist einfach, aber wirkungsvoll. Wir existieren, um dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Wenn du Amway beitrittst, schließt du dich einem Netzwerk von Unternehmern an, die die Freiheit und Flexibilität entdeckt haben, die damit einhergehen, sein eigener Chef zu sein. Es handelt sich um ein bewährtes Geschäftsmodell, das dir die Werkzeuge an die Hand gibt, die du brauchst, um ein solides und produktives Geschäft aufzubauen. Wusstest du, dass die Direktvertriebsbranche jährlich 173 Milliarden Dollar erwirtschaftet? Dass über 115 Millionen Menschen auf der ganzen Welt heute Teil dieser Branche sind? Und Amway ist stolz darauf, weltweit die Nummer 1 im Direktvertrieb zu sein. Bei Amway teilst du deinen Weg mit vielen gleichgesinnten, aufstrebenden Unternehmern. Es ist mehr als nur ein Geschäft. Es ist eine Gemeinschaft, die auf dem Streben nach Wohlbefinden und einem gesunden, bewussten Lebensstil basiert. Seit über 60 Jahren hat unser Familienunternehmen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, ein besseres Leben zu führen. Diese risikoarme Möglichkeit, ohne Anfangsinvestitionen, ermöglicht es Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Mitteln, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer Ausbildung, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mit harter Arbeit, Zeit und Mühe kann diese Möglichkeit zu mehr Kontrolle über deine Freizeit, deine Finanzen und dein Leben führen. Es ist ein Geschäft für dich selbst, aber du bist nie allein. Das Herzstück von Amway ist das Engagement für Menschen. Denn Menschen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Ihr Wohlbefinden ist unsere Energie. Eine Energie, die wir ehren, wertschätzen und jeden Tag voll ausschöpfen. Das weltweite Bewusstsein für die positiven Effekte gesunder Ernährung und die Fähigkeit, Wohlbefinden zu definieren, ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen und wird weiter wachsen. Stelle dir vor, du nutzt deine Leidenschaft, um dein eigenes Unternehmen zu gründen, indem du dieses Bedürfnis mit seriösen Marken, auf die sich die Menschen verlassen können, erfüllen kannst. Wie schön es wäre, deine Leidenschaft für Gesundheit und Wohlbefinden in einem Unternehmen widerspiegeln zu können, liegt ganz bei dir als Unternehmer. Wir freuen uns über selbstbewusste Menschen, die einen aktiven und gesunden Lebensstil oder den Wunsch haben, von Menschen umgeben zu sein, die ihren Lebensstil in diese Richtung beeinflussen. Bei Amway kannst du dein Geschäft mit einem Portfolio von Produkten und grundlegenden Lösungen aufbauen, die die Kunden lieben. In den folgenden Videos erfährst du mehr über die Geschäftsmöglichkeiten bei Amway, wie du Bareinnahmen erzielen, großartige Erlebnisse genießen und auf die umfangreichen Ressourcen und den Support von Amway zugreifen kannst. Dies ist ein Geschäft, das dir helfen kann, dein monatliches Einkommen aufzustocken und deinen Lebensstil wirklich zu verbessern. Unsere kontinuierlichen Investitionen in Online und digitale Innovationen ermöglichen es dir, das Beste aus der Online- und Offline-Welt zu kombinieren, während du dein Geschäft aufbaust. Unsere exklusiven, hochwertigen Produkte werden durch eine 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie unterstützt, da Amway verspricht, die Einkäufe der Kunden zu schützen. Wir bieten einen umfassenden Kundenservice, der sicherstellt, dass jede Interaktion für dich maßgeschneidert ist, während deine Privatsphäre und deine Daten geschützt werden. Wenn du also bereit bist, Teil einer globalen Gemeinschaft zu werden, Unterstützung und Ressourcen zu erhalten, um deine Ziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Menschen zu haben, dann bist du bei uns genau richtig. Willkommen bei Amway, einer Gemeinschaft von Unternehmern, die die Freiheit und Flexibilität entdeckt haben, die damit einhergeht, dass man sein eigener Chef ist. Informiere dich jetzt über das Amway Start-Programm und beginne noch heute deine eigene Reise mit Amway.